Ich sage das nicht häufig, aber ich mag es, mit dir zusammenzuarbeiten. Du bist in Ordnung. Wirklich. Toll. Ich bin in Ordnung. Aufwachen, schönes Fräulein. Wir sind angekommen. Wie fühlst du dich? Wir sind, also ich, finde Jesper total sympathisch und alles und er sagt, ich bin in Ordnung. So wie man sich fühlt, wenn man seine eigene Leiche gefunden hat, schätze ich. Nee, ich frage mal lieber das Zweite, den Umständen entsprechend. Wie lange sind wir gefahren? Ich bin auch eingenickt, aber sieben, acht Stunden werden es schon gewesen sein. Sehr interessante Maschine, diese Unterbahn. Komm, lass uns mal rausgehen. Ich finde es krass, dass sie vollkommen von allein, äh, vollkommen von allein fährt. Also ohne, dass da irgendwie jemand sich, äh, darum kümmern muss, dass sie ordentlich fährt. Oh je. Wie waren das alle? Ich glaube ja. Ach, da oben sind noch welche. Hoi. Wie geht's? Ja, wartet. Ich will zu euch kommen. Das sieht hier ja schon sehr totgeschossen aus. Wie interessant ist das auf jeden Fall. Haben wir alle, Jesper? Sieht so aus, oder? Ob die was dabei haben? Bisschen Knochenmehl. Stammfeile. Ist hier irgendwas cooles? Hm. Sieht aber krass aus hier, muss ich sagen. Optisch nicht schlecht. Und, kommen wir da durch? Nein, schade. Wäre lustig gewesen. Oh, da hinten sind Kristalle. Cool. Okay, wir gehen zur Halbmondinsel. Wo wir hier wohl sind. In der Halbmondinsel. Halbmondinsel. Oh, Panther? Ist das Panther? Wie cool. Da sind tatsächlich Panther. Wie genial. Echt cool. Geben die auch Pantherfell oder sowas? Hauptkatzenfell. Das ist ja genial. Oh, guckt euch das mal an, ey. Das ist ja der Wahnsinn. In so einem richtigen tropischen Paradies sind wir jetzt. Wow. Sorry, Jesper, aber ich muss einmal kurz die Aussicht genießen. Das ist ja genial hier. Hi. Genial. Oh, noch ein Pante. Das hört mich erschreckt. Laufen wir einfach mal weiter, oder Jesper? Lass uns weiterlaufen. Ich denke mal, es liegt daran, dass es hier immer weiter lädt. Aber ich meine, eben im Untergrund war das jetzt nicht... Hätte das jetzt nicht unbedingt im Grund sein müssen. Aber ich denke mal, hier ist es die ganze Zeit am Laden. Deswegen lag das ab und an. Was haben wir denn hier? So rote Malfassblöte. Wow. Hier ist aber scheinbar sonst nicht wirklich was, was wir erkunden können. Deswegen laufe ich einfach nur den Weg lang. Versuchen wir dahin zu gelangen. Ich meine, nicht mal dieses Gebilde hier wird irgendwie in der Karte angezeigt. Wir haben nur Jespers Punkt. Wenn Jespers verloren geht, wissen wir nicht mehr, wo wir hin müssen. Das ist echt krass hier. Das ist tatsächlich die Mondschein-Insel. Ich glaub's nicht. Und das da vorne ist wohl Taranur-Koareks-Lager. Ich würde sagen, wir teilen uns auf. Wenn sie dann einen von uns erwischen, hat der andere immer noch eine Chance. Nein, nicht aufteilen, Jesper. Hier ist deine Silberplatte. Ich werd's von Osten aus versuchen. Geh du von Westen aus ran. Und ja, nicht erwischen lassen oder den Helden spielen. In Ordnung? Gegen eine ganze Armee hast selbst du mit deinen Gaben keine Chance. Was müssen wir denn hier machen? Was wäre ein geeigneter Ort für die Silberplatte? Naja, eigentlich überall. Aber ein Offizierszelt oder gar das Zelt ihres Anführers wäre natürlich perfekt. In Ordnung, legen wir los. Wir treffen uns genau hier wieder, bei Tagesanbruch. Bis gleich. Das heißt, ich muss da reinschleichen. Okay. Wofür müssen wir da hin? Die Frage ist, zu welcher Seite muss ich jetzt? Muss ich jetzt hier lagen? Keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss. Wer steht da vorne? Oh, da oben ist jemand. Was passiert, wenn ich den angreife? Und wenn sie sich weigern? Dann heißt das Krieg. Die Götter haben die Welt lange genug verpestet. Hm. Dir ist klar, dass das den Tod tausender Unschuldiger bedeuten würde. Und... Wow. Das ist eine Menge. Götzenkranken gibt es keine Unschuldigen. Religiösität ist eine Weltanschauung. Und Weltanschauungen sind nicht angeboren. Und man entscheidet sich jeden Tag aufs Neue für sie. Und ein Untertal, der gegen einen Tyrannen nicht aufbegehrt, ist mindestens genauso schuldig wie der Tyrann. Aber das sind alles noch ungelegte Eier. Sehen wir mal, wie einsichtig sich diese alte Naht zeigt. Ja. Tun wir das. Hm. Was ist, wenn ich die jetzt fertig mache? Was passiert dann? Okay, die kann ich scheinbar erledigen. Okay, da hätten wir jetzt auch noch wo hin. Ich denke mal, wir sollen tatsächlich ins Lager gehen. Ich kann natürlich auch diesen Unsichtbarkeitsdrang benutzen. Wir probieren es einfach mal so erstmal. Bisher sehe ich ja noch niemanden. Ich brauche einen anderen Weg ins Lager. Okay. Und welchen? Vielleicht da hinten von der Ruine? Wow. Sieht auch gruselig aus. Spinnen, okay. Nee. Der Bär? Hä? Entdeckt. Entdeckt. Sieh mal einer. Oh Gott. Das Gossenkind hält sich wacker. Oh Gott. Das ist ja gruselig. Erst ein Traum. Jetzt irgendwelche Tiere, durch die er zu mir spricht. Warum das Puppenspiel? Habt ihr Angst? Ob wir Angst haben? Wisst ihr das? Wie ihr nicht aufgeben wollt? Wie ihr euch weibelt, die Aussichtslosigkeit des Kampfes einzubestehen? Aber da noch. Ihr seid weit gekommen. Ihr habt den Siegelstein entfacht und das Leuchtfeuer gefunden. Und das erheitert uns. Nichts ist schöner als eine Ernte, die sich wehrt. Das macht es so viel spannender. Daher also unser Anknut, Profit. Stellt uns die Fragen, die euch auf dem Herzen brennen. Und wir schwören, euch wahrheitsgemäß zu antworten. Oder ihr geht. Es liegt bei euch. Schön, fangen wir mit der Frage an, warum ich euch auch nur eine Sekunde lang glauben sollte, dass ihr die Wahrheit sagen werdet. Das müsst ihr entscheiden. Los, Cosmokind. Fragt. Oder geht. Brennen werdet ihr in jedem Fall. Aber manchmal ist die Hoffnung auf Reitung allein schon etwas wert. Warum ich? Warum bin ich eine der Boten geworden? Wir wissen, was ihr nun hören wollt. Dass ihr besonders seid. Dass ihr es schon immer wart. Aber dem ist nicht so. Ihr wart einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Und die Wahrheit ist, dass ihr uns unsere Aufgabe erleichtert. Ihr seid schwach. Die machen also lieber einen schwachen Menschen zum Propheten quasi. Das Leuchtfeuer. Diese Maschine. Was ist das wirklich? Das, wofür ihr es haltet. Eine Waffe, mit der ihr all das hier beenden könnt. Solltet ihr euch denn nicht fürchten? Vorricht, Hass, Freude. Ihr unterstellt uns menschliches Denken, Propheten. Aber eine wahre Gottheit ist kein einfacher Mensch, der Blitz um sich werfen kann, so wie eure Lichtgeborenen es waren. Ein wahrer Gott ist ein Zustand, dessen Existenz allein die Realität nach seinem Willen formt. Vor euch waren so viele und so viele haben die Waffe gefunden. Aber dennoch sind wir. Und die Leute rund steht bevor. Was sagt euch das? Es ist vollkommen einerlei. Wir werden euch aufhalten. Wie pathetisch. Aber los, haltet an den Gedanken fest, wenn er euch Kraft gibt. Ich habe keine Fragen mehr. Schön. Nun, Kusch. Setz eure fruchtlose Suse fort. Und entschuldigt den Schmerz. Jetzt! Gut, dass ich sie sehen kann. Des Weiteren wartet draußen eine ganze Garnison-Elite-Soldaten. Kann ich mich also darauf verlassen, dass ihr keine Dummheiten machen werdet? Ich will mich von Angesicht zu Angesicht mit euch unterhalten, wie zivilisierte Menschen es tun. Habe ich überhaupt eine Wahrheit? Nicht wirklich, nein. Übrigens halten wir euren Kumpanen im Zelt nebenan gefangen. Wir werden eure Aussagen miteinander abgleichen. Sagt also besser gleich die Wahrheit. Samael, nehmt die Binde ab. Wohl an denn. Ich bin Taranur vom Blute-Koarek, ehemaliger Herrscher Kabaetz und nun Repräsentant der Freien Völker Nerims. Wie ihr aber zweifelsohne schon wisst. Wer seid ihr? Die Freien Völker Nerims? Korrekt. Der Bürgerkrieg ist vorbei und Nerim ist wieder ein Ganzes. Und zwar eines, das frei von Fremdbestimmung und falschen Göttern existiert. Wir folgen keinem Monarchen mehr und wir beten zu keinen Götzen mehr, anders als das Land, aus dem ihr kommt. Aber schweifen wir nicht ab. Wer seid ihr? Naja, komplett betrachtet bin ich ja eigentlich aus Nerim deswegen. Ähm, der hat gesagt, er gleicht meine Geschichte mit Jespers ab. Deswegen, ja, ich werde einfach sagen, ich bin Steffi. Verstehe. Und wer hat euch geschickt? Und warum? Wettet ihr mich nicht ohnehin töten? Stellt euch vor, nein. Ich bin kein Schlechter. Und obwohl ich euch nicht garantieren kann, dass ihr dieses Verhör überlebt, schwöre ich euch, dass eure Kooperation die Chancen darauf drastisch erhöht. Und überhaupt, wenn ich das hätte tun wollen, hätte ich das längst schon getan. Also, wer hat euch geschickt? Tja, bin ich von einem Artefaktsammler geschickt worden oder schickt mich der Heilige Orden? Er will wissen, warum ihr hier Stellung gezogen habt. Ich werde einfach mal die Wahrheit sagen. Hm, wie vermutet. Ich denke, das solltet ihr euch ansehen. Und wie genau? Natürlich. Wir waren so frei und haben euch eurer Habseligkeiten entledigt. Wenn ihr mich also kurz entschuldigen würdet. Eine Silberplatte. Ich verstehe. Die beiden sollten uns ausspionieren. Dann töten wir sie. Nein. Sie war ehrlich. Und ich stehe zu meinem Wort. Und eigentlich... Hm. Eigentlich habt ihr uns gerade ein Gefallen getan. Mit den Platten können wir Aranteal unser Angebot unterbreiten, ohne uns dabei in Gefahr zu kommen. Begeben. Was meint ihr? Was sind das für Platten? Alte Artefakte der Püreeer. Ihre Magie funktioniert wie eine Art Hörmuschel, könnte man sagen. Sie übertragen Klänge von der einen Platte zur anderen. Tja, und ich vermute stark, dass um ihr Gegenstück versammelt gerade Tealo Aranteal und Narazuls verräterische Erben höchstpersönlich sitzen und darauf warten, dass jemand diese Platte aktiviert. Samael, kannst du das für uns tun? Hervorragend. Dann aktiviere sie. Ich werde mit dem alten Aranteal sprechen. Wollen wir hoffen, dass er zum ersten Mal in seinem Leben zuhört. Ansonsten wird das hier kein gutes Ende nehmen. Okay. Tealo Aranteal. Ich weiß, dass ihr da seid und mich hört. Wieso lassen wir also die Spielereien nicht einfach? Wie ihr wünscht, Großmeister. Ihr könnt schweigen. Nur solltet ihr euch darüber im Klaren sein, wer für eure Arroganz bezahlen wird. Habt ihr euch am Krieg noch nicht satt gesehen? Nach zwei Dekaden. Zwei Dekaden Krieg, die durch die Unterdrückung eurer falschen Götter erst notwendig geworden sind. Oder wollt ihr das leugnen? Ist das der Grund, dass ihr mich sprechen wolltet, Korrek? Um mir Anschuldigungen an den Kopf zu werfen? Nein. Nein, das wollte ich nicht. Wir sprechen, weil ich euch eine Chance geben will. Wir wissen, dass ihr gegen die Hohen kämpft. Und dass ihr versucht, das Leuchtfeuer zu rekonstruieren, weil ihr sie aufhalten wollt. Was angesichts dessen, dass die Läuterung das Ende allen Lebens bedeutet, Sinn ergibt, findet ihr nicht? Nicht, wenn man verstanden hat, was die Hohen wirklich sind und was sie bedeuten. Nämlich Evolution. Den Aufstieg der Menschheit auf eine höhere Ebene. Bitte. Betrachtet doch mal für einen Augenblick die Fakten. Es gibt keine Beweise dafür, dass die Läuterung, wie auch immer sie aussehen mag, gewaltsam ist. Ja, die Pyreer sind verschwunden. Aber woher wisst ihr, dass sie nicht einfach an einem anderen Ort sind, dass sie sich transformiert haben? Die Hohen sind nicht unsere Feinde, Arantear. Sie sind der nächste Schritt der Evolution. Die Boten unserer Bestimmung mehr zu sein, als nur die einfältigen Wesen, die wir die letzten Jahrtausende waren. Und das ist die Läuterung wirklich, versteht ihr? Der Zeitpunkt, an dem die Menschheit sich von alten Lastern befreit, vereint und eine höhere Existenzebene erreicht. Hier, das ist absurd. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Seit die Götter nicht mehr sind, senden mir die Hohen Träume, in denen ich die Zukunft sehe, die uns erwartet. Und es ist die Wahrheit, ob ihr es nun akzeptiert oder nicht. Der Mensch ist nicht dazu bestimmt, Mensch zu bleiben. Durch die Hohen werden wir Götter sein, wahre Götter, nicht die Götzen, denen ihr gedient habt. Menschen sterben, Kuarek. In jedem Winkel Wind herrscht Krieg und Tote steigen aus ihren Gräbern. Was auch immer ihr geträumt habt, sind das für euch die Anzeichen eines Aufstiegs? Ich weiß von dem roten Wahnsinn. Aber habt ihr jemals in Betracht gezogen, dass auch er einem Muster folgt? Dass er nur bestimmte Menschen befällt? Wen? Menschen, die mit Fesseln denken. Menschen, deren Geist nicht frei ist und die von Aberglauben und Ignoranz beherrscht werden. So wie euer Volk, dem ihr die Wahrheit vorenthaltet. Ihr wollt sagen, der rote Wahnsinn befällt nur Menschen, die noch an die Götter glauben? Religiosität ist ein Denkmuster. Eines, das Irrationalität über Vernunft stellt. Menschen mit diesem Muster sind nicht bereit für den Aufstieg. Und der rote Wahnsinn ist nichts als eine Methode, sie auszusieben. Eine natürliche Auslese, wenn ihr so wollt. Deshalb seid ihr auch nicht betroffen, weil ihr die Lüge kennt, die ihr und eure Götter all die Jahre verzapft haben. So ein Unfug. Es gab schon im Orden Fälle des roten Wahnsinns. Und wir haben gesehen, was die Läuterung bringt. Wir haben die Schriften der Pyräer studiert und sind sogar in ihre Erinnerungen gereist. Und was uns blüht, ist die totale Vernichtung, kein verfluchter Aufstieg. Hört euch an, Korrek, ihr redet wie ein verrückt gewordener Prophet. Ist es das, was ihr sein wollt? Ihr reagiert wie erwartet. Na schön, werdet ihr wenigstens unser Angebot hören? Sprecht. Die freien Völker Nerims werden dafür sorgen, dass die Läuterung geschieht. Wir werden verhindern, dass ihr und euer rückständiges Denken der Menschheit erneut den Fortschritt versagt. Deshalb werdet ihr, wenn ihr keinen Krieg wollt, den Bau des Leuchtfeuers einstellen und eurem Volk endlich die Wahrheit über die Götter erzählen. Damit auch sie aufsteigen können, wenn die Zeit gekommen ist. Ihr habt es schon gesagt, Aranteal. Diese Welt hat genug Krieg gesehen. Er spart ihr einen weiteren. Ich würde, wenn ich könnte. Aber wenn das eure Forderungen sind, dann nein. Dann werden wir euch dazu zwingen müssen. Macht euch klar, dass das Blut bedeuten wird, Aranteal. Unschuldiges Blut. Das Gespräch ist beendet. Elender nah. Das heißt doch eigentlich, dass ich sterben werde, oder? Alma, bereite dir den Angriff vor. Er hat es nicht anders gewollt. Ja, mein Herr. Was tun wir mit den Gefangenen? Die Spione. Richtig. Es herrscht nun Krieg. Und eigentlich müsste ich euch töten lassen. Aber ich bin ein Mann von Ehre und ich habe euch Gnade gegen Wahrheit versprochen. Also lasse ich den Zufall entscheiden. Samael, betäube sie. Und bring sie und ihren Kumpanen auf ein Floß. Wenn sie überleben, dann hat es so sein sollen. Und wenn nicht, dann auch. Oh je. Hi. Sei nett, okay. Okay.